Kim Amy Duschek, 11 Jahre alt, Skispringerin beim Skiclub Wernigerode. Sie möchte einmal ganz hoch hinaus. Genau 423 Stufen sind es, hinauf auf den Turm der 12-Morgenthal-Schanze, von der man einen Wahnsinnsblick hinunter hat, der einem selbst nur das Blut in den Adern gefrieren lässt. Kim, wenn du hier oben sitzt, hast du irgendwie kein bisschen Angst? Jetzt nicht mehr am Anfang, ja, aber jetzt geht's eigentlich. Sagt die kleine Dame und stürzt sich in die Tiefe. Wahnsinn, bis an die 50 Meter weit geht ihr Sprung. Das ist echt mutig. Unten am Auslauf der Schanze die Mama, die immer mit einem mulmigen Gefühl zuschaut. Das erste Mal an der Schanze stand sie ungefähr mit 3 Jahren. Da ist sie dann hier mit alpinischen Schieren so ein bisschen im Schnee gerutscht, aber effektiv gesprungen ist sie mit 6 so das erste Mal. Bis zu 8 Sprünge pro Trainingseinheit absolviert die kleine Dame. Dann ist die Luft raus, auch aufgrund des vielen Treppensteigens. Alles für den Moment des Fliegens. Vor 2 Jahren noch sprang Kimi auf der Schülerschanze. Mit Weiten um die 14 Meter. Jetzt stürzt sie sich schon von der K63 runter, also von der mittleren Schanze. Mit welchen Erfolgen und mit welchen Zielen eigentlich? 2-malige Landesmeisterin und 4-mal in der Gesamtwertung der Nordwestdeutschen Martenschanzentournee-Gewinnerin. Und wo soll es mal hingehen? Im Weltcup auf jeden Fall. Nicht Olympia? Vielleicht auch Olympia, aber Weltcup ist erst mal mein erstes Ziel. Duschek. Draufgehen und dann... Der Name verpflichtet ja auch irgendwie. Die Opa Jürgen, der ihr Trainer ist, der war früher nämlich selbst einmal Skispringer. Zu DDR-Zeiten beim SC-Motor Zellermelis. In die Wege, glaube ich über den Namen, hat sie doch einiges mitbekommen. Ihr Großonkel Harald Duschek, der toppt das Ganze sogar noch. Der war 4-mal DDR-Meister, wurde 1978, 79 Vierter bei der internationalen Schanzentournee und hat hier an der 12-Morgenthal-Schanze einmal genauso angefangen wie Kimi. Ist der Großonkel denn jetzt das große Vorbild? Er ist schon schön, aber naja, für mich jetzt halt nicht so, weil er ist halt männlich gewesen deswegen. Und für mich sehen halt irgendwie nur die Frauen. Deshalb ist auch sie das Vorbild. Josephine Lauhe vom SFV Rotenburg, die 18-Jährige, trainiert inzwischen am Bundesstützpunkt Klingenthal. Und genau dorthin möchte Kimi es auch mal schaffen. Am liebsten schon im nächsten Jahr. Kim, Amy Duschek, die Überfliegerin aus dem 12-Morgenthal und unser Ass von morgen.